Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Tagebucheintrag vom 625er XXL Reefer, der mittlerweile im zweiten Jahr ist und es sind einige Dinge passiert. Es hat sich ja einiges getan. Ich möchte da noch eine kleine Zusammenfassung machen, wenn euch das interessiert. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, alles in allem hat sich einiges getan. Fangen wir mit dem an, was offensichtlich war. Ich habe das Versorgungssystem gewechselt. Ich bin vom Fahner Marien Balling Light weg und bin jetzt beim ATI Essentials Pro. Und ja, ich muss pauschal sagen, wir hatten am Anfang erstmal, um so einen Systemwechsel machen zu können, ist es natürlich wichtig, dass erstmal das System wieder auf Null gezogen wird. Da blende ich euch auch dementsprechend hier nochmal meine entsprechende ICP ein, die ich da habe machen lassen, um herauszufinden, wo mein System steht. Und ihr seht, da war einiges im Argen. Dann musste ich ja hingehen und musste Bohr, Fluor, blende ich euch ein, noch nachdosieren, um erstmal auf den Stand zu kommen. Und ja, alles in allem hatte ich das dann gemäß Anleitung gemacht, nach der Laboranalyse von ATI. Und habe dann anschließend nochmal eine Analyse machen lassen, um zu gucken, passt das jetzt alles, was wir da gemacht haben. Und ja, hat insoweit gepasst. Und dann ist so eine Umstellung natürlich relativ einfach. Das alte Zeug raus, das neue Zeug rein. Man muss dann halt bloß die Dosiermengen drauf achten, dass die dementsprechend angepasst werden. Und ja, da war es im Endeffekt so, es wurde gesagt, vierfache Menge runterrechnen. Wir haben vier und ich habe bis zuletzt 400 Milliliter von den Farnamarien Balling Light dosiert und habe dann jetzt zum Schluss eigentlich nur noch so zwischen 85 und 95 Milliliter dosieren müssen. Ich bin momentan so weit und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich noch darauf hinweisen will. Gerade bei den Essentials Pro ist das ganz, ganz wichtig. Die Flüssigkeiten sind so hoch konzentriert, ich hole euch mal kurz den Kanister hier mit ins Bild, dass das hier schon mal ein bisschen, ich sage es mal, auskristallisieren kann. Das ist nicht gefroren, das ist kristallisiert. So, wenn ich jetzt hier draus was rausnehmen möchte aus diesem Behälter, muss ich vorher dafür sorgen, dass das Ganze sich wieder aufgelöst hat. Das heißt, ich muss es warm stellen und muss warten, bis es sich wieder aufgelöst hat. Das ist der erste Punkt, das ist ganz, ganz wichtig. Nur im aufgelösten Zustand diese Essentials abfüllen. Der zweite Punkt ist ganz wichtig, wenn ich gerade bei den Essentials 1, ist es so, dass es ein bisschen ausflockt. Das heißt, ich darf es nur da reingeben, wo ich auch dementsprechend eine gute Durchströmung habe. Ich habe den Fehler gemacht, habe das Ganze in meinem Technikbecken hinten in die Klarwasserkammer reingepackt. Ja, nur ganz doof gedacht, ja, im Projektbecken hat das auch funktioniert, in die Klarwasserkammer rein und alles ist gut. Dass ich da aber in der Klarwasserkammer im Projektbecken einen ganz anderen Wasserfluss habe, wie im Reefer, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Somit habe ich mehr von der Variante 1 reinpacken müssen, weil sie ausgeflockt hat, weil sie nicht bewegt wurde und sich dann unten im Becken abgesetzt hat, hinten in der Klarwasserkammer. So, das war schlecht durchdacht von mir, nicht aufgepasst, da hatte ich eine richtig dicke Schicht. Da musste ich dann natürlich jetzt die Dosierung angleichen und das hat dann, jetzt im Endeffekt bin ich fast gleich auf. Ich glaube, ich habe jetzt 85ml von den Essentials 1 und ich glaube um die 65 oder 70ml von den 2. Also es kommt langsam auf den Level, dass es gleich kommt. Das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, gerade bei der Benutzung der Essentials. Darauf achten, einmal, dass es nicht kristallin abgefüllt wird, also sprich, es muss alles aufgelöst und verrührt sein, das ist ganz wichtig. Und natürlich an einer Stelle einbringen, wo es dementsprechend gut gespült wird. Ja, aber alles im Allem, ihr seht es im Hintergrund die ganze Zeit schon, das Becken steht gut, das Becken steht top. Ich habe auch gestern noch einige Sachen dran gemacht am Becken. Und dazu kommen wir dann jetzt gleich. Das nächste, was passiert ist, was mir natürlich jetzt auch so ein kleines bisschen die Dosierung der Essentials erleichtert, ist, dass der KH-Keeper installiert ist und im Betrieb ist. Das habe ich ja letzte Woche schon, habt ihr das entsprechende Video da von mir gesehen. Die Produktvorstellung, die Installation, alles sehr einfach und ich habe natürlich jetzt auch die entsprechende Dosierpumpe dran und das Ganze mit dem KH-Keeper kombiniert. Und ich gebe da schon mal eine kleine Vorschau zu. Also im Prinzip sieht es so aus, wie jetzt hier seitlich zu sehen ist. Die Dosierpumpe kriegt eine spezielle Anweisung. Wenn das passiert, machst du das. Wenn das passiert, machst du das. Ich gebe einen Bereich vor, den ich definiert habe, dass ich in einem Bereich von, ich glaube insgesamt ein Schwankungsbereich von 0,6 dKH, diese Aktion ausführen lasse. Sagt mein KH zu weit ab? Dosiert die Pumpe mir einen entsprechenden Wert nach? Ich kriege eine Benachrichtigung. Ist mein KH zu hoch? Setzt sie eine Dosierung aus? Das ist jetzt die Grundeinstellung dafür. Und das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Bis gestern. Da bin ich nämlich hingegangen und habe meine Strömung umgestellt, weil ich einige Stellen im Becken hatte, die nicht so beströmt wurden, wie sie eigentlich sollten. Und jetzt konnte man an diesem KH-Keeper ganz, ganz geil sehen. Das blende ich euch aber auch nochmal als kleines Video ein, wie dieser Verlauf der Kurve da ist. Da kann man im Prinzip fast genau sehen, wo ich gearbeitet habe, wo ich Strömung umgestellt habe. Der KH-Verbrauch ist auf einmal, der Verbrauch an sich ist gesunken und mein Wert ist gestiegen. Aufgrund der Tatsache, dass ich meine Strömung verändert habe. Meine Korallen sind einfach nicht gerade jetzt in der Lage gewesen, diese Strömungsumstellung so zu verarbeiten, dass es direkt so weiter ging wie vorher. Das heißt, sie haben weniger aufgenommen. Ich habe auch nichts großartig rausgenommen aus dem Becken. Die haben im Prinzip erstmal die Kalsifizierung und die Aufnahme des KH eingestellt. Oder verringert, weil es wird ja immer noch gut verbraucht. Aber ihr seht selber, die Kurve war 7,5 gestern Abend. Und dann ging das dann hoch bis auf heute Morgen irgendwas mit 8, noch was. Ich glaube 8,1 war es. Blende ich euch aber auch mit ein. Da kann man im Endeffekt dran sehen, das ist jetzt nicht das, weil es über Nacht war, weil die vorherigen Nächte ging das ja auch gut, ohne Probleme. Ich habe die Strömung umgestellt und zack, haben die Korallen gesagt, hier ist was anderes, da müssen wir jetzt erstmal mal gucken, was Sache ist. Aber das ist auch zum Beispiel eine Sache, die dann ins Gewicht fällt in einem laufenden Becken. Habe ich so auch noch nicht nachvollziehen können. Das hat jetzt erst der KH-Keeper mir möglich gemacht. Der übrigens bis jetzt in meinen Augen sehr, sehr gut läuft und ich bin äußerst zufrieden mit dem Ding. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt ist ein leidiger Punkt und ich habe ja gestern einiges am Becken gemacht. Einmal, weil ich die Strömung umgestellt habe und zum zweiten habe ich geerntet. Nichts Positives, sondern eigentlich meine Seeastern, wo ich schon immer Probleme mit hatte und wo ich auch jetzt ganz offen und ehrlich sagen muss, Leute, schaut euch eure Korallen an, schaut euch eure Ableger an. Wenn so ein Scheißding drauf ist, holt es raus. Sofort. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe mittlerweile so viele Seeastern im Becken, dass ich jetzt vor einem richtig großen Problem stehe. Ich habe jetzt gestern nur im Oberflächenbereich, also sprich an der Wasseroberfläche, so kurz so ein Stück drunter, habe ich Seeastern abgekratzt von der Scheibe. Waren so knapp 150 Stück. Und im gesamten Becken, wenn man dann nachts mal genau hinguckt, ich blende auch gleich nochmal ein paar Detailaufnahmen ein, sind die Viecher einfach überall. So, jetzt ist die Problematik bei diesen Seeastern, um uns nochmal auf die Bekämpfung einzugehen, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt einen Fressfeind, das sind Falterfische, die man einsetzen kann, sind sehr effektiv, gehen aber auch an alles andere dran, weil sie sich generell von Wirbellosen ernähren. Unter die Wirbellosen fällt in dem Moment Alemonen, da fallen LPS drunter, also die zupfen dann alles größer, polypigem herum, was es gibt. Da ich einiges an LPS drin habe, fällt diese Möglichkeit flach. Falterfische mögen die Seeastern früher oder später vernichten, ja, das mag sein, aber ist keine Option für mich. Die nächste Option wäre, das Ganze mit Calciumhydroxid zu bearbeiten, oder sprich hier das Zeug von Red Sea, was ich benutzt habe, gegen Glasrosen. Das ist auch eine Möglichkeit, solange die Seeaster, ich sage mal, in einem gewissen Winkel steht. Ist die zu schräg und ich das Zeug hier drauf packe, rutscht es mir im Endeffekt runter und vernesselt mir oder verätzt mir die Koralle weiter unten. Ist also nicht so einfach, wie man sich das denkt. Wegspritzen funktioniert auch nicht, weil dieser Körper einfach robuster ist, als wie eine Glasrose. Ja, alles in allem bin ich im Moment, ja, nicht der Verzweiflung nah, aber ich sehe immer wieder, muss jeden Tag reingucken, wie schaut es aus, wo hängt schon wieder eine neue von diesen Viechern. Sind irgendwelche von meinen höherwertigeren SPS-Fallen betroffen, angeschlagen? Ja, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, einen Neustart hinzulegen. Das hängt aber noch in der Luft. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich es angehe. Ich werde mich da dementsprechend beraten lassen und ich werde es euch vor allem wissen lassen, wenn ich was in diese Richtung unternehme. Ja, aber Fakt ist, so in der Richtung, mir tut es im Prinzip in der Seele weh. Dieses Becken, so wie es auch jetzt hinter mir zu sehen ist, ist wunderschön gewachsen. Es ist wirklich ein gewachsenes Becken. Es sieht toll aus, es hat tolle Farben. Und das jetzt alles auseinanderzureißen wegen dieser Seuche, ja, zwei Jahre hat es jetzt gedauert. Ich habe beim letzten Umzug wirklich versucht, alles wegzukriegen. Habe aber natürlich nicht alles weggekriegt, weil ich auch kein neues Material genommen habe, sondern bestehendes. Und das ist halt jetzt die Problematik, was ich habe. Ich werde wahrscheinlich, also gefühlt vom Bauch her, diesen Umzug bzw. diesen Neustart machen müssen. Ich komme nicht drum rum, wenn ich nicht noch mehr Tiere, ich sage es mal, verbrennen will. Wie ich das mache, wann ich das mache, halte ich euch dementsprechend auf den Laufenden. Ja, was noch passiert ist, weiß ich gar nicht, ob ich das im letzten, nee, das habe ich in der Infothek, habe ich das gebracht. Bringe ich jetzt nochmal, blende ich auch dementsprechend Bilder ein. Das erste Mal in meiner, ich sage es mal, anemonen Topf Karriere, hatte ich glaube ich so in der Infothek gesagt, hat sich bei mir eine Anemone im Topf geteilt. Das ist bisher auch, ich sage es mal, von mir aus gesehen einzigartig. Habe ich bisher so noch nicht gelegen. Ich bin immer hingegangen und habe die Anemone vorher rausgeholt, weil es mir zu gefährlich war. Also, es geht also auch, dass die Tiere sich tatsächlich im Topf teilen. Das heißt, der Fuß ist nicht zu groß geworden. Die Bedingungen haben gepasst. Vielleicht lag es auch an den Essentials Pro, keine Ahnung. War nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich umgestellt habe. Oder wo ich dann alle Werte wieder ins Lot gebracht habe. Kann aber auch einfach nur sein, dass das Tier sich wohl gefühlt hat und gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal einen hier. Und wie ihr an den Bildern seht, sie hat sich dann im Topf geteilt. Ich habe das an dem Abend gesehen, meine Frau hat mich darauf hingewiesen, unter anderem. Und ich habe sie dann noch frühzeitig, ich sage mal, abgreifen können und habe sie dann in die Fischfalle reingepackt, wo sie dann von oben mit einer Abdeckung noch zusätzlich geschützt wurde, dass sie einerseits auch Wasser kriegt. Also sprich, zur Abheilung der Wunde muss ständig Wasser an die Wunde drankommen, um Giftstoffe wegzutragen, sonst geht das Tier ein. Ja, das hat wunderbar funktioniert und nach anderthalb Wochen konnte ich das Tier dann abgeben. Befindet sich jetzt in einem neuen Becken und wächst und gedeiht. Ja, das ist auch noch passiert. Um nochmal kurz auf die Problematik mit der Strömung hinzu zurückzukommen, mal abgesehen davon, dass sich dadurch mein KH-Wert geändert hat, beziehungsweise der Verbrauch der Korallen. Das musste ich machen, weil ich ja tote Stellen hatte, beziehungsweise die Strömung auch so eingestellt war, dass sie hier und da einige Korallen zu sehr angepustet hat. Obwohl die Pumpen von Aquamedica eine relativ breite, weiche Strömung produzieren und ich zum Beispiel auch an der linken Seite relativ nah an einer Enzmann die Pumpe stehen, damit ich glaube so ein Abstand, trotz all dem Volllast an der Dinge vorbei, macht der Enzmann komischerweise überhaupt nichts. Jetzt gibt es auch wiederum Korallen, die natürlich gesagt haben, finden wir nicht ganz so toll. War es auf der rechten Seite der Fall, die Spezifera. Die habe ich nacharbeiten müssen, habe dann die entsprechenden Pinne im Riff jetzt wieder verteilt, habe da hinten sowieso für einen kleinen Umbau gesorgt und ja, Strömung steht jetzt anders und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Aber alles in allem bin ich noch weiterhin mit diesen Pumpen sehr, sehr zufrieden. Ach ja, was noch gekommen ist, natürlich der Blick in den Unterschrank rein. Ich habe im Vorfeld, als ich den KH-Keeper in Aussicht gekriegt hatte, habe ich meinen Unterschrank aufgeräumt, mal wieder, weil das ist ja so, alle Jahre geht man dann mal hin und versucht, den Kabelwuster unten zu ordnen. Ich habe es jetzt mal wieder mit Kabelschächten gemacht und sieht eigentlich ganz gut aus, wie ihr seht. Sieht im Moment noch ziemlich aufgeräumt aus. Mal gucken, wie es dann in ein paar Wochen oder Monaten aussieht. Ja, alles in allem, das ist so das, was im Januar, beziehungsweise bis jetzt im Februar dann auch passiert ist. Es ist jetzt etwas unregelmäßig gekommen, aber ich hatte euch ja gesagt, dass dementsprechend, gerade jetzt beim Reefer, das ein bisschen länger dauert. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt in den nächsten Tagen ein entsprechendes Update zum Projektbecken euch nochmal gebe. Da hat sich auch ein kleines bisschen was getan, obwohl ihr habt es in der Infothek auch schon gesehen, das Becken läuft, das Becken rennt, das sieht gut aus. Und ja, alles in allem würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich haue euch vielleicht noch ein paar kleine Bilder um die Ohren oder ein kleines Detailaufnahme vom Becken, so wie es jetzt ausschaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video live oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao. 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 Ciao.